Was willst du, Penny? Ich will das hier! Ich mein, guck dich doch mal um! Ich wusste nicht, was für ein kleines Licht ich bin, bis ich dich getroffen hab. Bring mir deine Sugar Babymasche bei. Mach aus mir etwas Großes und Reiches. Und warum sollte ich das tun? Naja, wer weiß, ich könnte der Partner sein, der dir immer gefehlt hat. Nein, danke. Ich arbeite allein. Okay, verstehe. Ja, aber du verstehst nicht, dass ein Mädchen wie ich es dir in dieser Stadt sehr ungemütlich machen kann. Ein kleiner Anruf reicht. Düd, düdü, 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 düdü. Hallo, Interpol. Sag mir, Penny, warum können Frauen besser betrügen als Männer? Weil wir das Vortäuschen gewohnt sind? Es läuft auf eine universelle Wahrheit hinaus. Männer gehen nie davon aus, dass Frauen klüger sind als sie. Wir werden nun mal immer unterschätzt. Das nutzen wir zu unseren Gunsten. Das heißt, du bringst es mir bei, oder? Das mache ich gerade schon. Ja, warte, und was hast du da eben gesagt? Ich konnte ja nichts hören, du hast Richtung Wasser gequatscht. Was wollen Männer? Möpse. Nein. Hintereingang. Haupteingang. Pegging. Oh, dann Dreier. Jetzt sag's schon. Wie ist die Antwort? Sie wollen Helden sein. Nichts ist für einen Mann verlockender als eine verletzliche Frau. Aufgemerkt. Oh, wow. Du kannst auf Kommando heulen. Und jetzt balancierst du die Träne auf dem Unterlied. Oh, okay. Aber kriegst du sie denn jetzt auch wieder rauf? Versuch du's. Hast du Verstopfung? Wieso das ganze Theater? Du bist heiß. Das reicht doch. Nein, das reicht nicht. Heiß ist keine Karriere. Heiß bringt dir Geschenke und Modeschmuck, aber bezahlen musst du das immer noch. Mit Sex, Penny. Ist sie noch frei? Ich hätt gern Glas Wasser, bitte. Ich muss Geld sparen. Ich such nämlich meine Schwester. Sie wurde entführt. Entführt? Sie meinen... Von Männern, die heiße, weiße, Jungfrauen an Quattrillionäre mit Yachten verhökern. Ihre Geschichte rührt mich sehr. Bestellen Sie, was Sie wollen. Dann ein Club-Sandwich und eine große Portion Fritten, zwei Stück Kuchen. Wollen Sie auch Kuchen? Nein. Drei Stück Kuchen und eine Diät-Cola. Beeindruckend. Ich bin Trickbetrügerin. Schwestern im Geiste. Ich wusste nicht, was für ein kleines Licht ich bin, bis ich dich getroffen hab. Penny, warum können Frauen besser betrügen als Männer? Weil wir das Vortäuschen gewohnt sind? Weil Männer nie davon ausgehen, dass Frauen klüger sind als sie. Ist das wertvoll? 500.000 Dollar. Ich find's schön, weil's glitzert. Ich könnte der Partner sehen, der dir immer gefehlt hat. Bring mir deine Sugar-Baby-Masche bei. Bring sie das ins Gästezimmer-Gepäck-Fuzzi. Erste Lektion. Nichts ist für einen Mann verlockender als eine verletzliche Frau. Pass auf. Wow, du kannst auf Kommando heulen. Kannst du auch eine Träne runterkollern lassen? Oh, oh, oh. Versuch du's. Hast du Verstopfung? Wenn du sein willst wie ich, musst du auf alles vorbereitet sein. Sie ist soweit. Ja. Wer ist das Ziel? Er ist ein Tech-Millionär. Milliardär, wett ich. Verhalte dich so unauffällig wie möglich. Platz da, bitte. Vorsicht. Au. Blinde Person will durch. Könnte diese Person mal rüberrutschen? Wäre das möglich, Sir? Sir? Männer unterschätzen uns immer. Und das nutzen wir aus. Ihr habt sie entwischen lassen. Der Trash-Look hat's gerockt. Lasst den Tauben los! Sie meinen die Tauben, oder? Keine Angst, Darling. Sie schießt miserabel. Das hab ich nicht erwartet. Das hab ich nicht erwartet. Das hab ich nicht erwartet. Untertitelung. BR 2018